Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 10.11.2022. Du hörst die Geek Talk Daily 1270. Und ja, ich bin wieder da. N2, Signal, Mobile Zone, Apple, Meta, Revolut, LumaFusion, Nuki, Google und Disney Plus sind die Themen, die wir heute in der Episode mit drin haben. Was gibt es für Geschichten rund um das N2? Was ist das N2? Genauer gesagt, das Find N2. Dem einen oder anderen wird es vielleicht jetzt dämmern. Ja, es geht um das Oppo Find M2, das Club-Smartphone. Das erste, das Find N1, hat es ja nicht bis zu uns in die Schweiz geschafft, zumindest nicht offiziell. Und Google versteht mich wieder mal nicht. Das kann passieren, kommt täglich mehrfach vor. Genau, das Find N2 wird wahrscheinlich im Dezember dieses Jahres vorgestellt, in China drüben, wie immer. Und wir dürfen gespannt sein. Oppo.ch hat berichtet, dass es im Inneren auf den aktuellen Snapdragon der 8 Plus Generation, also 8, mein Gott, jetzt geht es nicht mehr, Snapdragon 8 Generation 1 angetrieben wird, dass ein 120 Hertz Wiederholrate beim Club, also beim faltbaren Screen sein wird und dass dieses Smartphone jetzt auch nach dem Find X5 und dem Renault 8 den Mary Silicon X-Chip bekommen wird, der unter anderem mit dem Hasselblad-Branding dann für viel bessere Fotos wirken wird. 7,1 Zoll soll das Display gross sein und das wird spannend, denn ich finde es nach wie vor eines der schönsten und praktikabelsten Club-Smartphones, das es auf dem Markt gibt, von den grossen gesprochen immer, weil es nicht so lang ist wie gewisse andere Mitbewerber. Lang hat es gedauert, bis Signal die Story-Funktion eingeführt hat. Immer wieder war es in den Gerüchen, jetzt ist es offiziell und für alle da. Was bringt euch das? Ihr könnt ja bei Instagram, bei WhatsApp, bei, keine Ahnung was, Facebook und Word, Excel, PowerPoint und keine Ahnung wo, Stories mit einbinden. Es gibt ja schon Dienste, die haben das wieder eingestellt, wie damals Twitter. Wer weiss, vielleicht kommt es ja auch wieder, man weiss nie bei Herrn Musk. Aber wieso jetzt bei Signal? Ja, einfach weil es gewünscht wird von den Nutzenden und damit ihr lustigen Menschen auch nicht wieder zu WhatsApp zurückgeht, soll das Ganze da mit drin sein. Was ist dein grosser Vorteil? Die Stories sind genauso End-zu-End verschlüsselt wie die Nachrichten in Signal drin und noch viel besser. Da drin wird nicht getrackt, da drin wird nicht gesammelt, Daten gesammelt für Werbung etc. Also so mit endlichem Story-Format, das mir sehr, sehr gut gefällt. Ich werde da unregelmässig Story-Pieces reinschmeissen in nächster Zeit. Wer mir also noch nicht folgt auf Signal, du oder du darfst das tun, wenn du dann möchtest. MobileZone ist ein Schweizer Anbieter für Smartphones und andere lustige Gadgets, die auch ein eigenes Zweitverwertungsprogramm hat. Sagt man das so? Sie verkaufen auf jeden Fall wieder aufbereitete Smartphones. Und da haben sie jetzt einen neuen Dienst, den sie noch zusätzlich anbieten. Für Smartphones das, also nehmen wir an, du hast ein Smartphone, kaufst dir ein neues und möchtest dein altes weiterverkaufen. Vielleicht nicht über den Dienst, den sie anbieten. Was sie jetzt aber haben, kostenpflichtig, kannst du zertifiziert deine Daten löschen. Was heisst zertifiziert? Ja, die haben halt irgendeinen Wisch, damit sie das sicher und sauber machen. Was ja auch wichtig ist, wie ich finde. Wenn schon löschen und richtig, dann auch mit richtigen Instrumenten. Kann auf jeden Fall nicht verkehrt sein. Vor allem in der heutigen Welt. Weiter geht es mit Apple. Und zwar das Thema, hatte ich das nicht schon in der letzten Daily Episode drin? Apple ist jetzt ziemlich viel wert. Und genau doch, das Thema hatte ich drin. Wer es noch nicht gehört hat, Geek Talk Daily 1269. Oder hier in den Show Notes nachlesen. Unschöne Neuigkeiten für Mitarbeitende, aber wahrscheinlich schönere für Investoren. Meta entlässt 11'000 Mitarbeiter. Nachdem Meta so gehörig runtergekracht ist, passend das Thema, was ich eben schon in der letzten Episode drin hatte, hat jetzt Zuckerberg reagiert. 13% vom Facebook-Team, von den Mitarbeitenden, werden entlassen. Zusätzlich sollen noch weitere Dinge kommen, die das Unternehmen schlanker und effizienter machen. Es kommen also noch weitere Einsparungen. Wir dürfen gespannt sein, was das ist. Das ist auch dringend nötig. Zuckerberg hat während Corona fleissig eingestellt und auch noch lang während Corona. Wie andere Unternehmen auch, zum Beispiel Google. Aber da hat es andere Gründe. Die möchten es natürlich nicht, dass andere Firmen gute Menschen einstellen. Dann stellen sie sie lieber selber ein und haben halt ein bisschen Abschreiber. Aber dafür haben sie das Know-how gesichert. Und das dachte wohl Zuckerberg auch. Nur kann man das halt einfach nicht halten. Zumindest nicht, wenn man gleichzeitig so viel Geld für anderes lustiges Zeugs ausgibt. Ja, wir werden sehen, was da noch alles auf uns zukommt. Auch auf uns zukommen wird ein neues Konto. Und zwar das Revolut Pro. Es gibt ja bei Revolut normale Privatkonten. Es gibt die kostenlos, kostenpflichtig und ein bisschen kostenpflichtigerer mit der Metallgeschichte. Und dann gibt es ja noch das Revolut Business für Firmen. Wer aber jetzt noch nicht ganz so richtig eine Firma ist, vielleicht ein bisschen Freelancing Dinge macht nebenbei, der braucht auch eine Lösung. Und da sieht Revolut ein Geschäftsfeld, wo man noch ein bisschen was abgrasen kann und mitnehmen kann. Und deshalb gibt es jetzt eben das Revolut Pro. Grundsätzlich kostenlos. Schaut es euch am besten an. Gibt auch Payback in Form von 1% der Ausgaben. Du kannst alle anderen normalen Features sofort, also Überweisung, Transfer via Peer-to-Peer an andere Revolut-Konten und so weiter und so fort. Aber eben du hast dann da die Möglichkeit, um eben Freelancing-mässig richtig unterwegs zu sein. Vor allem mit getrennten Konten. Weiter geht es mit LumaFusion. Und was hat LumaFusion schon länger bekannt gegeben? Dass sie nächstens auch mal aus dem iOS-Käfig rausgehen werden. Also meine Lieblings-Video-Editier-App kann bald eben schon auch für Android und Chrome OS kommen. Nun ist sie da. Zwar erst in Beta und nur auf Einladung, aber sie ist schon mal da. Man kann sie, nee, mittlerweile ganz geöffnet, stimmt, ab 20 Uhr Dollar kann man sich die Beta-App runterladen. Das spart ihr 30% und müsst später nicht den vollen Preis bezahlen. Habt aber, wie gesagt, eine Beta am Laufen. Ich muss mal schauen, ob ich irgendein Tablet da habe, mit dem ich das mal vernünftig testen kann. Mal gucken. Weiter geht es mit Nuki. Und die haben das Nuki Keypad 2 vorgestellt. Das gab es ja schon, also die erste Version gab es ja schon länger. Ein kleines Keypad, wo ihr die Zahlen 1 bis 9 drauf habt und eines zum Löschen, um einen Code einzugeben, der bis zu 6 Stellen geht. Das Nuki Pad 2, was kann das? Ja, das kann jetzt auch noch mit einem Fingerscan umgehen. Und der ist sogar intelligent. Das heisst, jedes Mal, wenn du da den kleinen Finger drauf hältst, vor allem den kleinen Finger, den kleinen Kinder, dann scannt er diesen nochmals und gleicht ihn ab. Das hat den Grund, weil bei Kindern sich der Finger noch schneller und fleissiger verändert und somit ist man da immer auf dem Laufenden. Das müsste man unbedingt mal ausprobieren, würde ich doch sagen. Neuigkeiten wird es in den nächsten Tagen für die Google Home App geben. Ich habe euch noch in den Shownotes verlinkt ein Video von mir, das ich zum, ach wie hieß das Teil nochmals, Google Nest WiFi Pro gemacht habe. Darin habe ich ja angekündigt, dass es nächstens da sein wird, die neue App von Google, Google Home. Die hat es leider nicht geschafft auf das neue Gerät, aber sie soll im Laufe dieses Monats kommen. Und eben jetzt wird es langsam aber sicher und wie immer bei Google rollierend ausgerollt. Weiter geht es mit Arlo. Die kennt ihr vielleicht von Netgear. Die haben eine neue App und ein Gadget rausgehauen. Leider aktuell nur in den Staaten. Und ich hoffe, das kommt nächstens auch dann mal zu uns hier in die Schweiz, Deutschland und nach Österreich. Was ist das Ganze? Arlo Safe nennt sich die App. Die könnt ihr kostenlos nutzen in der Grundfunktion. Besser, mehr Features gibt es dann für ein bisschen Entgelt pro Monat. Das ist vor allem an Frauen und Menschen gedacht, die nicht unbedingt sicher sind, wenn sie in der Nacht irgendwo durch Städte laufen, um sich da sicher zu bewegen. Das Gadget hat einen Knopf drauf, in der App hat es einen Knopf drin und das löst eigentlich das Gleiche aus. Wenn ihr euch unwohl fühlt, drückt den Knopf und es wird gleich an irgendwelche Polizei- oder Notfallstationen dann den Aufenthaltsort verschickt, an Familienmitglieder den Aufenthaltsort verschickt und eben eine Alarmgeschichte. Finde ich spannend. Ich hoffe, dass das auch bis zu uns kommen wird. Wir werden es sehen. Das Apo ist nicht ganz ohne, aber eben, Sicherheit kann einem etwas wert sein. Gibt es auch für Einzelpersonen und im Familienabonnement, kostet den etwas so viel wie früher Apple Music sogar, 19 Ungrad, also 20 Währungseinheiten. Den Save Button, also das kleine Gadget dazu, kostet wiederum nur 30 US-Dollar. Zu guter Letzt gibt es ein paar Neuigkeiten zu Disney und ja, Neuigkeiten sind es nicht. Wir haben es schon länger. Disney überholt Streamingdienst Netflix. Das ist natürlich ein Clickbait-Geschichte, denn Disney in Anführungsschlusszeichen schummelt da immer ein bisschen wenig. Sie zählen nicht nur die Disney-Plus-Konten, die liegen aktuell bei 164 Millionen. Damit liegen sie mit knapp unter dem, was Netflix hat, 223 Millionen. Nee, Disney zählt da noch ihre Hulu-Kunden und ESPN-Kunden mit dazu. Streng genommen sind es eigene Dienste und somit passt das irgendwie auch. Aber es sind natürlich dann nicht Disney-Plus-Konten. Aber beides zusammen ergibt 236 Millionen Kunden und somit sind sie grösser. Das nach drei Millionen, nachdem man anfangs mal darauf hingezielt hat, bis im Jahr 2024 bei 60 bis 90 Millionen Kunden zu sein. Und das ist natürlich dann beachtlich. Nicht ganz so beachtlich ist aber das, was Disney an Minus einfährt, nämlich das ist gesunken. Gestiegen von 0,8 Milliarden, also von 800 Millionen, auf 1,5 Milliarden Dollar. Die Produktion der einzelnen Serien und den ganzen Filmen etc., plus die Übernahmen und die Lizenzkosten für, ja, was halt alles da noch mit drin ist, ist teuer als das, was man einnimmt. Somit hoffen wir natürlich für Disney, dass sie fleissig weiter wachsen, dass das Ganze dann sich mal in der Waagschale hält. Wir dürfen gespannt sein, vielleicht wird es dann auch irgendwann mal eine Preiserhöhung sein, dann könnte man da ziemlich schnell ein bisschen aufholen, würde ich doch sagen. Aber ja, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Das war es mit den News zum heutigen Tag. Ich hoffe, wir hatten einen guten und schnellen und sicheren Start in diesen neuen Tag. Wir sehen und hören uns wieder, wenn ihr dann mögt. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.